Hallöchen Kinder, ich grüße euch. Heute habe ich mal Besuch vom Hasen, aber ich würde sagen, los geht es. Den Anfang bildet das Hasen Hell ein Vollbier mit 5%. Dann hoppeln wir weiter zum Weißen Hasen ein Weißbier mit 5,2%. Dann hüpfen wir mal runter in den Keller zum Augsburger Original ein naturtrübes Kellerbier mit 5,4% und den Abschluss bildet das Osterfestbier mit 6%. Ja liebe Kinder, wie ihr seht, auch Hasen können Bier brauen. Alle weiteren Infos und die Internetseite wie immer in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch noch einen hoppeligen und hopfigen Tag. Macht's gut Kinder!